Willkommen zu einer Fahrt mit der Pommern. Schauen wir mal was sich ergibt. Warte auf Anweisungen, Ende. Eigentlich auch nach A, aber dann Ja, jetzt kommt es wieder her. Ja, jetzt kommt es wieder her. Ich muss sagen, wird er hier wohl ein bisschen weiter vorne sein. Doch, sehr schönes Schiff. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Das ist schon ehrlich. Den können wir mal an. Visieren da. Mal sehen. Überraschen lassen. Vielleicht schon mal ein bisschen anlutschen. Geht es rum ins Wasser. Geht es rum. Geht es rum. Torpedos direkt voraus. Gut. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Geht es rum. Was ist das? was das war schon das war schon schade ich wollte ein bisschen warm geworden das war doch mal was schönes das war mal schön ist ja die wertung nur meine lieben eins meiner lieblingsschiffe mit die der ziel sieht unscheinbar aus und ist böse so 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 Was ist das? Oh, das ist natürlich eher was. Oh, wo ist der Zerstörer? Oh, was ist das? 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 Okay. Oh.